Oh, da kommt Jacques Villeneuve gerade, der Routinier aus dem BMW Sauberteam. Hi Jacques, danke für uns, wie ist das Gefühl in fronte dieser ersten Rennen? Das Gefühl ist ziemlich gut, das Auto ist ziemlich kompetitiv, der Sonne kommt, es sollte eine lustige Rennen sein. Was erwarten Sie von dieser Rennen heute? Ich habe keine Ahnung, wir müssen sehen, dass wir verschiedene Strategien haben, wie es in der Rennen aussieht. Vielen Dank, Jacques.